Valeria, es ist Zeit, Emily aufzuwecken. Ja, Titsilov, du hast recht. Emily, es ist Zeit, aufzustehen. Oh, ich glaube, wir müssen ihr die Windeln wechseln. Oh, die Windel ist voll. Oh, das riecht ja. Oh, das riecht ja. Nicht weinen, Emily, wir sind gleich fertig. Und jetzt brauchen wir noch ein neues Outfit für Emily. Hm, was nehmen wir? Das hier. Zuerst kommt dein T-Shirt. Und jetzt noch deine Jeans. Oh, wir dürfen die Socken nicht vergessen. Du hast recht, Titsilov, die Füße müssen warm bleiben. Hier haben wir deine Socken. Ich glaube, Emily ist ganz schön hungrig. Ich bereite dir jetzt was zu. Packen wir das erstmal weg. Das auch. Und jetzt koche ich leckere Haferflocken. Hier, Valeria, hier sind die Haareflocken. Danke, Titsilov. Jetzt fehlt noch ein wenig Milch. Nicht weinen, Emily, nicht weinen. Nein! Deine Haferflocken sind jetzt fertig. Hier, mit Rosinen schmecken die Haferflocken am besten. Titsilov, Rosinen kannst du in deine Haferflocken tun. Aber Rosinen sind nichts für Babys. Okay, dann möchte ich aber welche haben. So, Emily, jetzt kannst du endlich essen. Warte, Valeria, du hast das Lätzchen vergessen. Oh, stimmt. Danke, Titsilov. Na, schmeckt dir das? Ich liebe Haferflocken. Emily, prima, du hast alles aufgegessen. Jetzt nehmen wir das Lätzchen weg. Und es ist Zeit, spazieren zu gehen. Juhu, ja! Draußen ist es sehr kalt. Daher dürfen wir unsere Jacke nicht vergessen. Oh, Valeria, nimmst du noch was zu essen mit für den Weg? Ja, aber natürlich, Titsilov. Ich habe hier meine Tasche und packe etwas Obst ein. Erdbeere und Banane. Und Apfelsaft. Und wir dürfen das Spielzeug nicht vergessen. Titsilov, du denkst auch an alles. Ich nehme alles für den Sandkasten mit. Und deine Schuhe. So. Und, können wir jetzt endlich los? Ja, wir haben alles zusammengepackt. Wir können jetzt los. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Heute spielen wir auf dem Spielplatz. Oh, das ist hier eine Riesenrutsche. Ich will da unbedingt runterrutschen. Emily, willst du auch da runterrutschen? Ja! Ja! Dann auf! So, warte auf mich. Ich fange dich unten auf. Jetzt kannst du runterrutschen. Nein! Nein! Hab keine Angst. Das macht Spaß, Emily. Juhu! 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 Na los, Emily, trau dich. Oh! Ja! Nochmal! Nochmal! Na los, nochmal. Jetzt zusammen. Na los, gib mir die Hand. Juhu! Juhu! Jetzt probieren wir die Schaukel aus. Na los, ich schubs dich an. Halt dich gut fest. Ich will auch, ich will auch. Juhu! Dann haltet euch gut fest. Juhu! Ja! Ja, das ist cool. Tja! Genug geschaukelt. Jetzt gehen wir zum Sandkasten. So, ihr beiden. Jetzt könnt ihr euch hier austoben. Komm, Emily, ich helf dir. Oh, die Biene sieht ja super aus. Ich will auch. So, Emily, jetzt nimm die Schaufel in die Hand. Das sieht ja schon richtig gut aus, Emily. Jetzt drehen wir die Form nur noch einmal um. Und ich möchte diesen Cupcake machen. Ja, Chichilov, lass ich dir helfen. Jetzt müssen wir deine Form umdrehen. Oh, ich glaube, es ist Zeit, um etwas zu essen oder zu trinken. Warte, Emily, ich hole dir was. So, lass uns erst mal hinsetzen. Was möchtest du essen? Banane oder eine Erdbeere? Banane. Okay. Hier. Chichilov, komm, essen. Ich möchte bitte eine Erdbeere. Na klar, Chichilov. Hier. Emily, du musst noch was trinken. Hier. Hier. Es wird langsam Zeit, nach Hause zu gehen. Helft mir, die Spielzeuge zusammenzuräumen. So, na los, Emily. Hey, wartet auf mich. Und hier. Untertitelung des ZDF, 2020